Wir machen jetzt einen Videoblog, dass wir beide sprechen. Hallo! Das finde ich total, das ist eine super Idee. Ja, aber ich... Wir hatten heute noch bei Facebook. Ja, das ist ein großartiges. Ja, das sind vier Menschen. Ja, wirklich. Das ist genau das, was wir brauchen. Ja, genau. Ja, das ist ein großartiges. Wir haben uns hier gerade an der Nordsee, wo die Fleisch ist, die in Schillig. In Schillig, genau, bei Gefa. Genau. Und in einem Monat schlafen wir das Camp und dort erwarten euch sensationelle Workshops. Eins-Abholungs-Diskussion und der CKF ist für euch, in denen wir das Austausch stellen. Genau. Jetzt habe ich den Picks nicht genommen. Ja, das wäre gut. Wir vorbereiten, ein bisschen Spaß soll es ja aufbringen. Wir machen Lagerfeuer. Wir haben den Band eingeladen. Wir haben den Band eingeladen. Wir können selber klären, dass wir noch auf dem Feld, um eure Fachzeiten zu presentieren, uns zu überzeugen. Das Ganze für sagenhafte. Ja, wir werden hier mit dabei in einem Start starten. Und wenn ihr noch ein paar Freunde mit drin, dann auch noch ein bisschen das spielst. Richtig klasse fünf Tage mitten in der Bamba in Lockstead. Seid dabei, um euch noch ein paar Videos zu sehen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.